Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war G-Gaming, Flo von dir am Start, heute mit dem neuen E-AFC-Contact, es ist Dienstag, jetzt kurz vor 19 Uhr und hier gibt es mal wieder die 94 Plus für die Player Pig. Mit dabei, Weg zu Ruhm und so weiter und so fort, natürlich ohne Icons, viermal wiederholbar und in zwei Tagen refresh das ganze Ding schon. Wir gehen wieder rein in die Tagesanmelde, Upgrade, SPC und außerdem heute noch Lukas Klostermann am Start. Wir gucken uns alles Neues an, ist es top, ist es flop, ist es irgendwas dazwischen, bequatschen es, also let's go und rein ins Video. Um bevor wir in das Ganze rein starten, vergesst nicht Liebe dazulassen, Freunde, ihr wisst Bescheid, Support ist kein Mord, lasst gerne also einen Daumen nach oben da, dauert für euch noch eine Sekunde, würde mich extrem unterstützen, meine Tech-Arbeit hier auf dem Channel. Dankeschön da für euren Support, gerne noch einen Kommentar hinterlassen mit eurer Meinung zum heutigen E-AFC-Contact und natürlich nicht vergessen, auf dem Weg Richtung FC25 ein kostenloses Abo dazulassen, Dankeschön da für euren Support. Gestern war ich unterwegs, da kam eine Vorproduktion, da sind wir unendlich mal in die 84x10er Packs reingegangen, das war eine ganze komplette, ja im Endeffekt Bonus-Video, ja sozusagen eine Sondersendung, sozusagen eine Stunde lang haben wir da gegrindet, gecraftet und eben uns auf die 84x10er Packs eben konzentriert. Falls ihr es wieder noch nicht gesehen habt, packt ihr euch schon mal oben auf i das Ganze, könnt ihr gerne abchecken und deshalb gucken wir uns lauflich hinaus auch nochmal kurz den Content von gestern an, werden wir kurz nochmal auch drüber quatschen. Starten aber jetzt erstmal mit der Footies-Targets-Anmelde-Upgrade-SPC, da der Daily Reminder von meiner Seite aus die Bronze-Spieler natürlich abzugeben für das 382-Pack und eben für die weiteren Rewards in den Zielen. Kommen wir auch gleich noch zu. Dann kurz zu der 94+, da gehen wir natürlich auch gleich rein in hoffentlich mehrere von diesen 94-Player-Picks, bleibt also gerne bis zum Ende dran. Und da sieht es wie folgt aus, sieht ein bisschen anders aus, als wir es zuletzt am Start hatten. Also vor einer Woche hatten wir ja auch schon den 94-Player-Pick am Start, auch 4 zur Auswahl, wie es jetzt der Fall ist. Aber, und das ist ein kleiner, feiner Unterschied, weil wir jetzt eben quasi das letzte Footies oder Footies Team 5, wir jetzt auch noch mit am Start haben, ist es ein bisschen hochgegangen vom Rating. Und zwar hatten wir 89er, das ist jetzt 90er mit Tots Team World Week geworden. Oder auf der rechten Seite hatten wir 90er mit Tots Team World Week, da ist ein 91er mit Tots Team World Week. Also, leicht teurer geworden, aber wir dürfen auch nicht vergessen, das Futter ist je nachdem auch günstiger geworden, weil ganz ehrlich Freunde, wir ziehen so high-rated Futter in den ganzen Specs. Vier nach Spazierer, die die ganze Zeit geöffnet werden. Guckt euch an, wie der Markt aussieht. Freunde, es sind nur noch exakt jetzt heute an dieser Stelle vier, 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 vier Wochen bis FC25 startet. Tatsächlich, dann kann man schon sieben Tage Vorabzug auf haben, wenn man es sich vorbestellt hat. Also, insofern, in vier Wochen geht es los, Freunde. Ich freue mich schon extrem darauf auf FC25, gehen aber natürlich, wie das Geburt seit Daily, den FC24-Content jetzt hier auch noch weiter durch. Also, einmal der Play-Pick-Up-Start und dann haben wir eine Spieler-SPC, Lukas Klostermann. Und das ist so eine Sache, Friends, ganz ehrlich, das ist genau so, wie wir es haben wollten. Ein Segment und vorbei. Ja, es ist nicht teuer, es ist zwei Wochen, haben wir Zeit für Klostermann. Wir gucken mal gerade, was wir abgeben müssen. Das ist zum einen ein 89er-Grader-Squad mit einem Bundesliga-Spieler. Also, heißt ein High-Rated-Squad und dann Ende aus dem Mickey-Maus. Klostermann hat 4-Star, 4-Star, 1,89 Körpergröße, kein Rechtsverteiger, Linksverteiger, IV-Spielen. Leider keine Footies-Primo-Version. 99-Reaktion, wichtig. Dann haben wir gutes Tempo, gute Dev und Füße, 95 Füße, 96 Dev. Wir könnten darüber diskutieren, Bewege-Con-Balance vielleicht jetzt nicht so, so nice. Wir können wieder die Schublade der Alternativen aufmachen und so weiter und so fort. Also, und eigentlich muss ich die Schublade aufmachen, weil, wenn wir ehrlich sind, wir haben so viele gute IVs, die eine wesentliche, bessere Bewegigkeit und Balance haben. Ich glaube, das Problem an der Karte ist einfach, dass er Rechtsverteiger und Linksverteiger auch noch ist. Und wenn wir jetzt sehen, was in letzter Zeit an ausgeglichenen Karten alles gekommen ist, die sowohl offensiv als auch defensiv gut spielen konnten, dann ist es vielleicht ein bisschen weird. Also, sehr gut konzentriert auf Reaktion. Ja, Dev ist da, Füße ist da, Tempo ist da. Einfach eine typische SPC, falls man nicht mehr weiß, wo man das Futter denn reinstecken möchte, sage ich jetzt mal zu Klostermann. Lass uns mal auf die Playstyles schauen. Ah, okay, das ist zumindest ein Win. Wir haben alle defensiven Playstyles, zwei davon Playstyles Plus, Abfang und Block, Schildstellenpass und Unerbittlich. Aber da würde ich jetzt mal die Frage in den Raum stellen, will man 89er gerated Squad für Klostermann ausgeben? Das muss aber in der Tageszeit jeder für sich selber entscheiden. Gestern kam auch ein Spieler SPC, das ist Inaki Williams gewesen. Und auch der kam mit einem Segment um die Ecke als, Achtung, Futis Premium Version und der muss ein 88er Grain Squad am Start haben. Und ja, mit dem Tod's Team of the Week, mit dem La Liga Spieler, Elfspieler logischerweise. Und das ist eine Premium Version. Und jetzt gucken wir uns die Karte mal an. Ich habe mir das noch nicht angeschaut. Five Star, Four Star, Hochmittelarbeitsraten, kann rechts, kann Stürmer spielen. So, und guckt euch das mal bitte an. Guckt euch das mal bitte an. Ja, das war eigentlich mit ausgeglichener Karte. Sehr, sehr nice Geschichte, die wir hier am Start haben. Aber auch da müssen wir uns eigentlich dann wieder die Frage stellen, die Schublade der Alternativen aufmachen. Unerbittlich ist dabei und in der Luft immerhin. Also gute Playstyles verplastet und Playstyles insgesamt, müssen wir sagen. Aber auch da geht die letzten Wochen durch. Alternativen. So, ich habe eben schon drüber gequatscht. In vier Wochen geht eh FC 24 los. FC 25 los. Ja, also insofern, das muss jeder dann am Ende des Tages für sich selbst entscheiden. Wenn ihr jetzt Inaki Williams Fan seid, ja, wenn ihr, keine Ahnung, von dem Verein Fan seid, oder, I don't know, ja, dann freut ihr euch natürlich genau darüber. Aber an sich, wie gesagt, wenn wir uns jetzt nur konzentriert diese SBC anschauen und alles andere außer Acht lassen, ist es eine okaye SBC. Auch wieder günstig, ja, 60k roundabout. Und damit ist das völlig in Ordnung. Das ist also der SBC-Content zum einen. Und interessanterweise gab es gestern, in Anführungsstrichen, einen Scherz von EA. Wir geben mal in die Ziele. Zum einen, Punkt Nummer 1, wichtig. Wir haben uns zwar hier die Vorties Tagesanmelder abgelöst. Bist du jetzt hier komplett abgeschlossen? Hätten wir auch gestern schon machen können. Aber wie gesagt, da war ich ja nicht hier am Start. 38x5er und 84x10er, was wir uns jetzt hier durch die Rewards mitnehmen. Und dann muss ich mal gerade schauen im Tab von im Live-Segment. Also bei uns hier im Live-Segment, wo wir auch gerade sind, da haben wir es nämlich Gift Monday, haben wir hier von EA. Das ist eine witzige Sache. Ich meine, es ist offensichtlich für die Leute, die Englisch können. Also Gift Monday heißt sie wirklich. Gift, Geschenk, Monday, der Montag. Kam an einem Montag, den wir ja gestern haben. Also, Geschenk der Montag oder wie wir es jetzt auch immer im Deutsch übersetzen wollen. Es ist quasi eine geschenkte Montags-Footies-Primo-Karte, die wir montags bekommen. Aha, okay. Also, ich denke, ihr habt es verstanden. Offensichtlich 5x5, da sehen wir 1,80 Körpergröße. Dann haben wir ZM linker Flügel, LM Stürmer. Mein erster Genacke, wo ich das jetzt gerade sehe, ausgeglichen wie sonst was. Okay, Volleys, Freischusspräzision und Grätsche können wir komplett bei ihr vergessen. Der Rest sieht sehr ausgeglichen aus und teilweise sogar sehr, sehr gut. Tempo, 98 Antritt, 99 Sprint-Tempo. Alright, Schuss, Stellungsspiel, Abschluss und Schusskraft. Meiner Meinung nach nach wie vor die drei wichtigsten Schuss-Stats, die ein gutes Level haben müssen. Das hat sie hier in dem Fall. Wir haben nun Ruhe-Stat beim Dribbling. Bei Passspielfeld noch auf Übersicht und Flanken. Natürlich perfekt auch für die Außenspielerinnen dann. Kurzer Pass sogar auch bei 99. Also hier haben wir wirklich quasi eine geschenkte Karte von EA. Ja, und dann vier Plays. Das passt gut. Jetzt vielleicht nicht die besten, nur neun insgesamt. Und dann müssen wir dann was dafür machen. Erzählen jetzt Quad Battles in Rivals. Schams, sechs Toren mit Spanien-Profis. Bereiten jetzt Quad Battles in Rivals mit Liga-F-Profis. Mit Liga-F-Profis für Flanke vor. Alright, lol. Erzählen jetzt zwei separaten Partien. Auch da wieder Squad Battles, Rivals, Schams. Ein Kopfball-Tor, lol. Und gewinne vier Partien in Scott Battles, Rivals, Schams. Und stelle bei mir, ist es drei Liga-F-Profis in Liga-F-Profis. Dann statt elf. Gut, da könnt ihr das ein oder andere wunderbar kombinieren, würde ich mal sagen. Ihr kriegt die Packs. Ihr bekommt hier die, ich sage jetzt mal, SBC-Fotokarte. Sagen wir mal offensichtlich. Es sei denn, ihr seid natürlich jetzt auch hier wieder, weiß ich nicht, Teneriffa-Fan. I don't know. Aber, ja. Die auf jeden Fall seit gestern Abend am Start eben auch. Und darauf wollte ich hinaus in den Zielen. Also, das ist der Conrad von gestern. In Ake Williams zum einen. Zum anderen Gift Monday in den Zielen. Also, machen wir das Footbin mal auf. Und schauen gemeinsam mal rein zu den neuen Karten. Monday können wir uns auch noch mal kurz anschauen. Also, SBC-Überblick sagt uns. 190.000 Münzen für den Player-Pick. Wie gesagt, Gamble, SBC, 4 sind zur Auswahl. Könnte jetzt auch, meiner Meinung nach, unendlich wieder rüber da sein. Hätte, glaube ich, auch keiner was dagegen. Aber gut, okay. Ist auf jeden Fall eine gute SBC. Dann aber Klostermann Williams. 60k, 80k. Wieso jetzt Klostermann 89er-Graden-Squad hat, wo es noch nicht mal eine Premium-Karte ist, verstehe ich jetzt wirklich nicht bei den Stats. Also, es hätte auch ein 86er-Graden-Squad vollkommen gereicht. Oder 87er. Meiner Meinung nach. Aber gut. Sei es mal einfach mal dahingestellt. Gucken wir uns die Karte mal an. Und dann ist es natürlich schon ein gutes Upgrade. Von der 87er-Version offensichtlich halt. Logisch. Und er hatte vorher sogar schon 93er-Reactions. Jetzt eben 99. Gift Monday in der Base-Silber-Karte. Mit drei Sternen, drei Sternen. Dementsprechend natürlich auf jeden Fall ein Big Boost. Und dann haben wir noch Williams. Die Karte bei 60k. Auch wieder eine typische Karte, die würde ich einfach mitnehmen. Pace hatte er schon immer. Drei Schießen-Boosts, sechs Passen, fünf Dribbling, drei Dev und drei Physis. Also auch hier Balance vor allem, plus zehn fällt da auf. Was hatte er hier? Forster, Forster. Also da auch nochmal das kleine Upgrade. Und natürlich offensichtlich klar mit Playstyles Plus. Was? Na, also kleine Feine SPCs, die jetzt zum Abschluss kommen. Jetzt nichts Gravierendes. Den 94 Plus Player Pick, wie gesagt, again, wieder am Start. Ja, und diesbezüglich würde ich sagen, gehen wir genau da jetzt rein. In die 94 Plus Player Picks. Gucken, was bei rumkommt. Gut, also let's go. Und rein da. So, Freunde, da ist schon direkt die erste 490 Plus Player Pick. Da war jetzt ein Schritt zu schnell. Aber es ist González, Kessel hat er schon. Wir haben Bruno Guimárez und Sabica. Boah, da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Guimárez, was macht der preislich noch? González nimmt er jetzt hier mit, der jetzt bei 57.000 Münzen ist. Alright. Und Guimárez nur bei 18k, das hätte ich echt nicht gedacht. Und Sabica bei 24k. Also dann natürlich offensichtlich ist es 396er-Grade Karten. Die teuerste Karte auf dem Markt zumindest mal mitnehmen. Ja, und dann haben wir noch 2, hier auf dem Account haben wir nämlich direkt 399 Plus Player Pick. Wie gesagt, lasst gerne, liebe, oh, direkt 2 Footies. Eine Seltenheit gefühlt, das zu sehen. Also, nimmst du Courtois mit, der in Anführungsstrichen nur der Toyota ist für 55k. Oder Julie, er geht direkt auf Julie. Und der ist preislich noch bei, wir gucken gerade parallel noch rein, 24.000 Münzen. Okay, günstiger als Courtois gewesen. Und der dritte, 94 Plus Player Pick, wieder Footies. Oh, Tutubier am Ende hat er schon mal Ruiz. Ruiz müsste doch preislich immer noch gut sein. 95.000 Münzen Ruiz. Oh, Lukaku haben wir auch am Start. 178.000 die Version noch. Ja, könnte jetzt auch langsam runtergehen. Also, beide top. Er geht hier auf Rating. Und, ja, 3, die er noch nicht im Verein hat. So kann es losgehen, Friends. Sehr gut. Und der nächste Pick gehört uns wieder vor Diesramiris. Hat er aber schon. Schormini oder Douglas Lewis als Dingenskarte. Als Jurek-Karte. Okay. Douglas Lewis, 150.000 Münzen. Holy smokes. Und Schormini bei 230.000 Münzen auch noch. Boah, das hätte ich nicht gedacht, dass die sich preislich so gehalten hat. 240k sogar. Gerade der günstigste auf dem Markt. Ah, gut, der hat auch IV-Positionen inne. Wow. Schormini. GG. Big, big, big Pull. Aus dem 94-Plus-Player-Pick. So wollen wir das Ganze doch sehen, Freunde. Sehr, sehr nice. Sehr, 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 sehr gut. Next one. Und Courtois again, Freunde. Wir waren hier eben schon mal auf dem Account vorhin bei den 3-Player-Picks. Jetzt könnt ihr Courtois mitnehmen, der mit Abstand definitiv der teuerste wäre. Vom Rating her ein Punkt. Ich würde Courtois wahrscheinlich mitnehmen. Footies, Footies. Olivera. Kann ich mir vorstellen. 20k oder so. Na, ist doch egal, Freunde. Footies. Let's go. Rein ins nächste. So, Freunde. Und nach den 94-Plus-Player-Picks machen wir zum Abschluss jetzt hier noch ein 84-mal-Ziner-Pick. Top oder Flop? Let's go, yeah. Macht den Gönner-Modus an. Es wird orange. Es wird reichtsverteidiger. Ah, nein, nein, nein. Den habe ich schon x-Ball gesehen. Und dahinter? Ach, auch nur ein Aua. Also, Rating-mäßig jetzt mal nicht so nice. Und wer ist hinter? Ja, der Klassiker. Der Klassiker, würde ich sagen, Freunde. Falls ihr nochmal den 48-Spazier-Picks sehen wollt, dann kann ich euch einmal hier oben das wie wir empfehlen. Wie gesagt, unendlich 48-Spazier-Picks. Eine Stunde lang. Bonusfolge. Gestern online gegangen. Checkt das gerne ab. Viel Spaß bei dem Video. Und dann sehen wir uns gerne morgen wieder hier an gleicher Stelle zum Neustell-Pro-Content. Bis morgen. Bis dann. Bis zum nächsten Video. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.